ja komische Reise im ersten 20 aber es sollte die 20 sein er wird 20 Leben 20 ich hab keine Munni mehr Ja, ich probiere es mal ein bisschen hierher zu locken Hier, hier, hier sind wir, hier, Yannick Ja, stimmt, ist ja echt egal Hat jemand auch? Nein Ich hab's geschafft, durchzukommen Ey, scheiße, hätte ich da nicht aufkochen sollen Seid eigentlich nicht Ich wäre tot Ja, es passt schon, passt schon Ey, wir gammeln doch eh jetzt da Ja, hier ist besser, hier ist besser, aber nein, hier ist nicht besser Nee, aber ist ja egal Ich hab ne gepanische Farmers Ey, Dragon Ray, ich hab keine Muni Ja, hab kurz Musik angemacht Weil die kommen nicht zu mir durch da hinten, also kann ich immer noch hier gammeln, oh geil Ist geil Ich gammel jetzt, wo Yannick ausgegammelt hat Kommen die nicht von hinten? Nö, weil, ähm, ich bin ja weit entfernt von dem Eingang Oh, nice Oh, nice Warte mal, Autoturrents, versteht's mir egal Oh, weiß aufgekauft Was? Alle? Ja, ich hab, ja, ich hab weiß aufgekauft Ist die Tesla? Nein, ich bin durch meine eigenen Geschütze gestorben Mann, wie ärgerlich Ja, willst du dich jetzt retten? Boah, scheiß drauf, ist egal Mann, ey, die Geschütze Wenn das Geschütz mal ausgehen würde, könnte ich dich auch retten Nein, egal, rette mich nicht Warum machst du auch das Geschütz an? Ich rette Ach, scheiße Ja, wärst du bei uns geblieben? Oh, fuck Wieso bist du auch weggegangen? Was hast du da für eine Waffe, Mann? Parmas Ach du heilige Äh, äh Ich probier mal einen Quarter zu machen Ja, perfekt, ich hab einen Quarter Den müssen wir auf jeden Fall leben lassen Wir haben noch 100 Zombies, Christian Ja, 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 ich meine ja nur Nur Noch, hab ich gesagt Ja, das ist sehr gut, sogar weil die Karte kann ewig dauern Was? Nein, der Qualler ist tot Oh! Na egal, Mann Oh, was ist bei dir los, ey? Wieso kommen keine Zombies bei mir? Wieso kommen keine Zombies bei mir? Weil die alle bei mir sind, Alter Wieso bist du runtergesprungen? Ich hab ihn gerettet, Alter, willst du mich verarschen? Ich hatte noch nicht einfach liegen, Mann Du hast mich nicht mal gerettet Ich hab's versucht Ja Oh, mein Finger, Alter Nein, ich will unterspringen Das ist eh nicht schafft Nee, das schaffst du nicht Ja, okay Dafür bin ich ja am Arsch dann Keine Waffen, kein Geld Genauso wie er, die sind beide am Arsch Also du hast 4.700, du kannst ihn noch kaufen, äh, Kisse gehen, Trucker kaufen Und dann müssen wir drinnen Ich muss mir erstmal mit mir... Ich will einfach nur den Scheißding, was Dragon Ray hat, Alter Im Gegenteil Ja, dann endlich Munition, Mann Ich muss ja die ganze Zeit Munition kaufen, Alter Das ist so leicht zu machen, dass es nicht überhitzt, Alter Alter oder Aldi? Hä, oh Mann Loi, was machst du da, Dragon Ray? Schießen Und du? So ne komische Bewegung Das sieht wahrscheinlich nur so aus, aber kannst du nur aufnehmen, aber dann gucken Ist nicht so Du musst immer nur Feuerstöße machen, überhitzt das Ding auch nicht Ich kann mal leider keine Ego Perspektive machen Ja, das ist schade Ja, das ist schade Ach, fahr ich hab' keine Granaten mehr Schaff' ich das noch? 25 23 23, bitte dich Hä, was hast du da grad gemacht? Bessen Diese Handgruß Ja Das ist... Das ist automatisch Das ist automatisch Ja Beschuldet worden Bitte wett' ein Crawler, irgendeiner Ja Ja Die Kratzen sich da Crawler Ah, perfekt, zwei Crawler Okay, was soll ich jetzt noch machen? Kiste suchen In Munster Sporn Rot aufkaufen Ja, und Kiste suchen Ja, ganz nach oben Ah, okay, hier Ganz nach oben Was ist das? Alles aufgekauft Die kaufen wir jetzt Gegen die Waffe Nein, nein Was soll's zweites Waffe eigentlich? NGG Ach so Der scheiß Cheater, ey Cheater, ja, ich hab' ich hab' Gottmode und alles an Ja Deswegen hab' ich auch schon zwei gedauert Ja, ja, ich... Entschuldige, dass ich abarschend muss Links, jetzt hoch Hoch, hab' ich gesagt Okay Okay And now Da hinten Eigentlich soll's das Tür... Die Tür ist offen sein Nee, muss ja noch kaufen Nee, muss ja noch kaufen Da fehlt noch ein rotes Nimm mal zu Tesla Wo ist die? Wo ist die? Das ist ein riesiges Fragezeichen Runterspringen und dann... Guck, ich kann das nicht kaufen hier Ja, ich weiß, runterspringen Und dann willst du hoch? Warum stirbt man da eigentlich nicht? Weil's die Matratzen sind Ja Ich bin aber so gesprungen, dass ich auf dem Boden gelandet bin Ja, dann bist du dumm Ich bin nicht gestorben Hoch da jetzt, anders ist das Gerüst Ja, tschulde mal Und dann rechts das Risiken, Fragezeichen Nix Nee, nix Nix Ja Ist da noch irgendwas? Kann ich nix mehr kaufen? Wo sind die Dinger zum anschließen? Da sind sie richtig hart versteckt Du stehst auf hartes Sachen, habe ich recht? Hm? Du stehst auf hartes Sachen, habe ich recht? Ich bin nicht Ach... Gema Ach was? Wie? Gema hier? Der Song? Bestimmt Mach ich mal die Musik aus Sorry, ich muss die ausmachen Sonst wär das Video wieder geblockt hier in Deutschland Das wär scheiße Ja, was soll ich noch machen jetzt? Muss man eine bestimmte Waffe kaufen? Nein Nein Guck dich mal überall um Ja, ne, hier ist nix Keine Ahnung, woher noch was sein sollte Guck einfach mal über dir oder so an den Decken von den Treppen Guck einfach mal über dir oder so an den Decken von den Treppen Nee, nee Guck nochmal in den Raum, wo die M4A1 ist, äh M16 und das Ding Ja, ja, guck mal überall Vielleicht muss man die kaufen Die kaufen Nein Nein Leute, hier ist nix Was soll I do? Weitersuchen Da ist nix Weiß hab ich schon angeschossen Alter Das will nicht ausgehen Ja, Mann Hol mal der Jetzt gucken Okay, ich in jeden kleinsten Raum gucken Ich hab die schon mal gespielt, haben wir wirklich, wirklich eins richtig versteckt Ey, das ist schon ewig her Guck mal in dem runden Raum nach Wie im runden Raum? Im roten Raum Da war ich schon 10.000 Mal Da ist nix Da ist nix Wo? Da Das geht da zu der Tür Ähm, ich geh wieder Ich geh wieder nach oben rechts manches Da Die roten Streifen Ja Dann geh die nach oben Hier unter den Treppen vielleicht Ja, stimmt Da ist es Oh Gibt's nicht, ey Ey, ihr seid so blind, wisst ihr das? Äh, was muss ich dafür kaufen? Ah, Sniper Das tausche ich garantiert nicht ein Wo ist nix? Ne, wo ist die Sniper? Ähm, durch Du musst da auf die Verunter Und da wo wir gekämmt haben Ganz hinten Oh man, ihr seid so blind Und das Weiße Ist wahrscheinlich ganz oben Ich weiß nicht, was das Weiße gebracht hat Ich hab's aufgekauft aber naja Jetzt rechts, ja 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 Kommt da an Keine Munition mehr, der Sniper Hahaha Warum was riskieren? Naja Du's ruhig Ähm, das ist locker Okay, anschießen Er muss treffen können Ja Das war magic Hä? Kann ich's kaufen? Immer noch nicht Weil ich verarschen Äh, äh Ohne Scheiß jetzt? Alter Oh mein Gott Okay, geh nochmal hoch Jetzt guck überall nach Guck mal deine Treppen vielleicht nochmal Nee Nee, da ist nichts Oh Leute Keine Ahnung wo das sein könnte Guck ob du die Tür aufkaufen kannst Geht nicht, du musst nur durch das rote Ding machen Warte mal Streng die mal auf Hä Witzbold Geht nicht Geht nicht Du musst nur das rote kaufen Schieß mal den Kreis an Mal gucken ob das was bringt Das bringt aber eh nix Welchen Kreis? Die ist in der Mitte von den Treppen Die ist in der Mitte von den Treppen Lauf, lauf, lauf Hoch 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 Und vielleicht ist das alles ein Ja genau, vielleicht ist das alles ein Ja natürlich Hä? Wo soll das sein? Wo soll das sein? Mal bei den anderen Treppen Ich glaub nicht dass man zweimal das gleiche was steckt Nimmt so blöd ist keiner Doch Hä? Hä? Ah, hm, kann ich keinen Song abspielen Äh, andere Treppen Ne du Da hab ich schon geguckt Ja Leute Sag Leute ey Ich will die Waffe haben da drin Ich hab keine Ahnung wo das sein könnte Das? Meinst du? Hä was? Das ist was du getan geschossen hast Ja das war doch gar nichts, das war das Ding hier Ähm Wo könnte ich noch gucken Lauf mal hoch Nutz guck hier mal alles ab Fescht, bei Chagannock an der Wand oder so Ja natürlich Das haben wir gekauft, das Das haben wir gekauft, das Ich hab's gekauft Dsch Wenn ich mich noch nicht auf mich